Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute Morgen sind wir schon um 9 Uhr unterwegs. Weit weg von der Nordsee stört kein Seenebel unseren frühen Aufbruch. Und unser Flug zum Port of Exit, wiederum Christian Sand, dauert auch nur eine Dreiviertelstunde. Wir genießen die morgendliche Stille sehr und lassen uns von diesem wunderschönen See faszinieren. Es ist, als flögen wir in kanadischer Einsamkeit. Das ist unsere Kneipe, wo wir gestern waren. Ja, da ist die Kirche. Genau. Ja, genau. Ja, da ist die Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020 Und so sieht unser Anflug auf Christian Sand heute Morgen aus. Zunächst fliegen wir den halben See ab und dann geht's mit einer guten halben Stunde Südkurs bis an den Rand der Kontrollzone. Ich plane den Anflug über die beiden Reporting Points Ramselia und Orlefier, um dann direkt in den Quereinflug zu fliegen. Tatsächlich schickt uns der Tower dann aber auch noch über den Whisky, was vermutlich daran liegt, dass gleichzeitig mit uns auch noch eine Dash 8 im Anflug ist, hinter der wir uns als Nummer 2 einordnen müssen. Während einer kurzen Kaffeepause geben wir den Flugplan auf und starten auch direkt wieder. Wir bekommen auch den beabsichtigten Ausflug aus der Kontrollzone über der Südküste genehmigt und genießen ein letztes Mal diese wunderschöne Scherenlandschaft. Und dann geht's schnurstracks nach Hause. In großer Höhe über Dänemark hinweg, Landung in Büsum und ein weiteres Mal in Rotenburg-Wümel, dort wetterbedingt mit Übernachtung und dann zurück in die Eifel. Ich habe 234 als nächstes. Ah, ja. Ich habe schon direkt Christian Sand Tower genommen. Ja. Nee, der hat aber 118.1. Achso, ich habe Approach eingerastet. Das ist aber auch falsch, weil wir fliegen eher unter dem TMA-Sektor her. Jawohl. Wir rufen direkt in Tower. Schäffek Tower, good morning, DMA-ECO-MIK-ZULU. DMA-ECO-MIK-ZULU. Schäffek, good morning. DMA-ECO-MIK-ZULU. Type of aircraft is CT Charlie-Tango. POV-2, VFA, fram ECO-NV, Foxford-Yankee, Fyredal. Position is 8 miles north of reporting point Rameselia for landing, please. DMA-ECO-MIK-ZULU. Schäffek, clear to enter control zone. Continue inbound Ålefjärd. DMA-ECO-MIK-ZULU. Will alter control zone via Rameselia? QNH 1017. DMA-ECO-MIK-ZULU. Schäffek, clear to enter control zone. DMA-ECO-MIK-ZULU, clear to left downwind, runway 03. You are number 2, behind dash 8 from the west. DMA-ECO-MIK-ZULU, expecting runway 03, left downwind and number 2. DMA-ECO-MIK-ZULU, position all up here, 1700. DMA-ECO-MIK-ZULU, thank you. DMA-ECO-MIK-ZULU. DMA-ECO-MIK-ZULU, position all up here, 1000 feet, turning downwind, 0-3. DMA-ECO-MIK-ZULU, extend downwind, I will call your base. Check the dash 8 on left base. DMA-ECO-MIK-ZULU, welcome. DMA-ECO-MIK-ZULU, welcome. DMA-ECO-MIK-ZULU, I will call your base. Check the dash 8 on left base. DMA-ECO-MIK-ZULU, DMA-ECO-MIK-ZULU, DMA-ECO-MIK-ZULU TRANSIT DMA-ECO-MIK-ZULU, 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 DE-AMECO-MIK-ZULU, BELOT-SULU, DE-AMECO-MIK-ZULU, DMA-ECO-MIK-ZULU UZ-UAUF08, BELOT-ELAUI, BELOT-ELAUF01, BELOT-Y اVEN продолж high-up Die hat uns aber ganz schön dicht gestaffelt. Ja, absolut. D-Solo cleared for the final and caution for turbulence. Jetzt müssen wir mal gucken wo die aufsetzt. Obwohl das nicht so ein riesen Bomber ist. Ja, trotzdem. Ist nicht lustig. Nein, ist nicht lustig. Dann gibt es Schwelle, dann 1, 2, 3, 4 Doppelbalken. Ja. Ich kann es auch kaum noch sehen. Warte, ich drehe noch ein bisschen weiter. So, das ist jetzt Schwelle. Erste, die dicken und da ist er glaube ich unten. So, das heißt da wo er jetzt ist, dazwischen den letzten beiden würde ich aufsetzen. Okay. Ja, genau. Ja, genau. 07 November, taxi in Bravo, Jankistan, 1, 4. Bravo, Jankistan, 1, 4. Bravo, Jankistan, 1, 4. Bravo, Jankistan. RdM Zulu, wind 0, 4, 0, 4 nauts, runway 0, 3 clear to land. RdM Zulu, runway 0, 3 clear to land. Untertitelung. BR 2018 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 Du hast hier schon eingestellt, aber ich habe auch das verstanden was du verstanden hast. Ja, 124, 149, 149, 149, genau, ja. OppenHagen Information, Good Day, DmE-Sulu. DmE-Sulu, Type of Aircraft is CT, Charlie Tango, Pob2, VFR with flight plan, von ECO November, Charlie November to ECO Delta X-Ray Bravo Current position is the border between Norway and Denmark on flight level 75 for safety reasons Request flight information, please We are sporking right now 5177 DMAZU SPORK 5460 DMAZU SPORK 5460 Der dänische Controller lässt uns weiter in Flugfläche 75 fliegen. Das ist schon sehr angenehm. Zwar haben wir hier oben mehr Gegenwind und der Flug dauert deswegen etwas länger als in 2000 Fuß, aber dafür gibt es hier oben keinerlei Thermik, kein Gewackel und auch keinen Verkehr. In aller Ruhe und sehr entspannt lassen wir in einer guten Stunde Jütland unter uns hinweggleiten. Ein Flug wie im Airliner. Als wir an Esbjerg vorbeikommen, macht uns der Controller auf anfliegenden Linienverkehr auf den hiesigen Airport aufmerksam, der sich im Moment auf exakt gleicher Höhe befindet wie wir. Wir sehen die Maschine auf unseren Instrumenten, sie ist aber zu weit weg, als dass wir sie auch im Fenster erspähen könnten. Und dann kündigt sich so langsam auch schon wieder Deutschland an. Zunächst überfliegen wir noch die dänischen Inseln Farnö und Röme, um anschließend mit großer Begeisterung auf die Insel Sylt hinunterzuschauen. Ich war mit dem Flieger schon zweimal auf Sylt, aber von Norden und aus dieser Höhe habe ich Deutschlands nördlichste Insel noch nicht gesehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, Sylt kann man die Sommerwichtigkeit sehen, die Nordspitze da. Naja, List ist das glaube ich, ne? Listerhaken, ja. Dann melden wir uns bei Fislangen und beginnen kurze Zeit später mit dem Singflug auf Büsum. Von Föhr und Amrum sowie den Halligen sehen wir nicht viel, da die Inseln immer wieder von Wolken verdeckt werden. Und dann sind wir wieder dort, wo wir vor vier Tagen gestartet sind. Lange Information, schönen guten Tag, Delta-Mark-Eco-Mark-Sulu. Delta-Mark-Eco-Mark-Sulu, lange Hallo. Ja, ein herzliches Hallo aus der Delta-Mark-Eco-Mark-Sulu, eine CT, zwei Personen. Wir kommen mit Flugplan aus Christian-Sand, Norwegen und fliegen nach Alde-Büsum. Unsere Position derzeit 15 Meilen nordöstlich von Sylt auf Flight Level 75 für Fluginformation. Delta-Mark-Eco-Mark-Sulu verstanden, ich sehe Sie schon. Dann den Squawk bitte auf 7740. Squawk 7740 kommt Delta-Mark-Sulu. Wiesum-Info. Hallo. Wiesum-Info. Delta-Mark-Eco-Mark-Sulu. Mike-Sulu, Moin. Delta-Mark-Sulu, die CT mit zwei Personen. Wir kommen von Christian-Sand, Norwegen, sitzt derzeit drei Minuten nördlich des Platzes. Landung bitte. Wir haben die 1-1 in Betrieb und recht ruhig. Wunderbar, dann kommen wir auf die 1-1, ja direkt in den Queranflug. Du kannst doch direkt anfliegen, ist sehr ruhig. Ja, ok, wunderbar. Hab noch nicht gesagt, wir fliegen natürlich mit Flugplan. Und wenn wir gleich unten sind, wäre das super, wenn du den schließen könntest. Mach doch. Musik Unglücklicherweise zieht heute Nacht eine schwere West-Ost-Front von Süd nach Nord durch Deutschland, sodass ich keine Chance habe, heute noch nach Hause zu kommen. Also fliegen wir zu zweit zunächst weiter nach Rothenburg-Wimme, wo ich das große Glück habe, meine CT, das zu erwartende Unwetter, im Hangar abwettern zu lassen. Während mein Freund Oliver also schon wieder im heimischen Bett schlafen darf, muss ich mich ein weiteres Mal mit einem Hotelbett begnügen. Musik DMA startet einwand. DMA verlässt die Frequenz und die Platzrunde Richtung Südost. Danke, das war super bei euch wie immer. Tschüss! Tschüss, gern wieder! Machen wir! DMA rollt auf die 2,6 und startet. Kluhle verstanden. Der Wind aus südlicher Richtung zur Zeit mit 7 Knoten. Jo, danke. DMAX 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 WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 2021 Bis zum nächsten Mal, ciao! Am nächsten Morgen ist die Front bereits in Dänemark und ich mache mich auf die letzte Etappe von der Wimme an den Rhein. Zwar habe ich mit mehreren Regenschauern auf meiner Strecke noch ein paar kleine Wettereskapaden zu überstehen, aber das ist alles nicht so wild. Was bleibt? Nach jeder größeren Reise in Länder, in denen ich noch nicht war, bin ich versucht zu sagen, das war das Beste, was ich bisher im eigenen Flieger erlebt habe. Aber inzwischen ist der Flugreisefundus schon ganz schön ausgeprägt. Gegen meine Runden um den Vesuv oder den Ätna oder auch meine Landung in Valletta auf Malta ist wohl kaum ein Kraut gewachsen. Aber mit diesen Zielen auf einer Stufe steht Norwegen ganz sicher. Schließlich ist es eines der gebirgigsten Länder der Welt. Ein Viertel des Landes liegt über 1000 Meter hoch. Gletscher bedecken eine Fläche so groß wie das Saarland. Den größten Gletscher Europas haben wir zwar nicht direkt gesehen, sind aber doch mittelbar daran vorbeigeflogen. Und habe ich auf meinen Flügen jemals einsamere Landschaften gesehen? Oder mehr Wasserfälle? Definitiv nicht. Das größte Fjell und die größte Hochebene Europas haben wir gesehen. Die Hardanger Vida. Hier befindet sich das Land über 9000 Quadratkilometern hinweg. Das ist dreimal so groß wie das Saarland, oberhalb einer Höhe von 1100 Metern. Unvergleichbar auch die Küstenlinien. Norwegen ist so dermaßen zerfurcht und fraktal, dass alle Küstenlinien, also alle Fjorde, Buchten und Inseln aneinandergereiht, eine Länge von über 100.000 Kilometern ergeben. Das ist zweieinhalb Mal um den Planeten herum. Und während ich nun hier daheim auf der Mönchsheide lande, weiß ich schon, dass ich in Norwegen definitiv nicht das letzte Mal war. Bei der nächsten Gelegenheit fliege ich allerdings noch etwas weiter in den Norden. Da gibt es eine kleine Inselgruppe, die mich sehr reizt und die mich schon immer sehr angesprochen hat. Die Lofoten. Ich glaube, sie sind mein nächstes Ziel. Ich glaube, sie sind mein nächstes Ziel.